Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Drauro auf dem Minecraft Drauro Modded Server. Ja, ähm, gut schauen, jo. Also, ähm, wir müssen hier ein bisschen umstellen, dafür müssen wir nachher aus dem Game Mode raus, weil ich bin ein bisschen AFK manchmal vor der Aufnahme. Können wir hier ein paar Sachen wegmachen. Komm, ein bisschen mehr weg. Wieso? Weil wir wollen jetzt so langsam auch ein bisschen anfangen zu bauen. Gestern im Livestream gab's noch ein paar, äh, ja, Sachen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel haben wir gemeint und, ja, ein paar Sachen gefunden. Diamanten haben leider noch nicht gefunden, aber gut. Dafür noch einen Garten angelegt. Den zeige ich dann nachher gleich mal kurz. Ähm, wir haben keine Wolle bisher. Wir müssen irgendwo Wolle herbekommen. Wir haben eine Schere. Gut, und ja. Dankeschön, dass der erste Pfad so gut angekommen ist. Ähm, jo. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut geht. Momentan ist halt Champions of Regnum vor allem einfach die am meist geguckten Folgen. Das ist das Let's Play. Verschiedene Folgen davon sind am meisten geschaut worden. Und das war's. Es ist momentan mir nicht so lieb, jetzt mehrere Projekte zu haben. Aber gut, ähm, ihr wollt ja auch Abwästung sehen. Und da war's sicher auch ein bisschen besser. Weil momentan ist es eher so ein bisschen am runtergehen. Die Leute haben nicht mehr so viel Bock zuzuschauen und so. Und da muss ich immer schauen, dass ich da euch noch gut, ähm, unterhalte. Und, ähm, ja, wir testen mal den Farm Warp. Genau. So. Geld hat immer einige Zeit, weil es halt Mods, also die Mods halt umfangreich sind. So. Und dann schnell. Ah, nicht legen. Farmspot eins. Okay. Jetzt können wir gleich mal suchen nach ein paar. Gehen wir doch mit dem Boot. Ah, das Boot habe ich nicht mehr mitgenommen. Ähm, ja, Spitzhocke haben wir auch nicht gerade so. Gehen wir einfach an diesem Strand entlang. Und kämpfen ein bisschen gegen Monster. Wir brauchen ja Hebel und Eifers davon. In den Monstern. Zum Beispiel die Fäden. Ja, aber könnten. Okay. Spinnen auch. Ja, das ist momentan ein bisschen unflüssig. Äh, das hat 40 FPS. Wird halt viel wieder gerendert. Deshalb sind es momentan ein bisschen weniger FPS. Sonst habe ich eigentlich immer ständig 60 FPS. Aber leider momentan nicht so. Ja. Und, äh, wir suchen immer noch Modders damit, wie einfach auch die FPS-Probleme und so. Ähm, ja, wegmachen können. Und auch neue Features einbringen können. Und ich bin so am überlegen, ob ich wirklich anfangen soll zu modden. Ähm, ich könnte es. Weil es ist nicht so schwer. Aber es ist natürlich sehr langweilig. Also, ja. Für mich. Ich bin ja hypersensibel und das ist für mich langweiliger als für andere Menschen. Und, äh, schwierig, das zu machen. Aber wenn ich einfach mal Lust habe, mir da ein bisschen zu helfen oder so, würde ich das gerne machen. Und dann bekommt auch seinen Reward. Also, äh, wir sind dann wirklich froh, wenn wir wirklich Modder haben, die ein bisschen etwas für uns entwickeln. Und ja, zeitlich habe ich halt auch ein paar Probleme. Oh, wow! Ich werde gleich ein paar mitnehmen. Von diesen roten. Ähm, Keramik heissen sie, glaube ich. Keramikblöcke. Für mich ist Keramik so Vasen, so unstabile Vasen, aber gut. Einer Wachsenstraße. Gut. So, da haben wir ein Cottontail Kit, ein Kaninchen. Hm. Da haben wir ein Skelett mit Speer, mit Axt, äh, ja, doch mit Dreizer, also so mit einem... Haha, du hast einen langsamen Angriff, ne? Ja, das geht nicht so gut. Esskastanien, okay. Sorry, dass es so dunkel ist, aber ja, ich kann es schon noch ein bisschen heller machen. Ja. Ich kann auch deutlich heller machen. So. Jetzt sieht man auch etwas wieder. Okay. Also nehmen wir ein bisschen roten Keramik mit und, ähm... Ja, ne, nehmen wir nicht mit, weil wir brauchen eigentlich nicht rote Keramik. Wir brauchen grüne Keramik oder grüner Beton am besten. Und das ist Ton. Und was brauchen wir noch? Äh, ja, Farbstoff, also am besten grüner Farbstoff und das ist Kakteen. Also wenn wir noch Kakteen finden, können wir da noch ein bisschen mitnehmen. Sehr gut, dass wir hier schon sehr viel Ton haben. Jetzt auch wieder Tag. Okay, die werden nämlich gebündelt durch dem Server, die Drops. Damit weniger Performance-Ausbrüche sind und so. Einbrüche. Das Skelett ist so süß. Sand müssen wir natürlich auch mitnehmen. Ja, wir verbreiten uns jetzt ein bisschen vor, dass wir bauen können. Was bauen vor, hä? Ja. Die Schatten sind irgendwie lustig. Keine Ahnung. Verwaltbar. Und was die Schatten sind? Ich sehe einfach einen Wolken, okay. Könnte sein. Oh, das sind einfach so ein schwarzes Sand oder so. Jo, mehr müssen wir nicht mitnehmen. So, so, so. Braus gehen auf und der Creeper ist weg. Okay. Ja, der Creeper ist dispawned vor unserer Nase. Gelben Ton? Nein. So früher hießen die doch Tonblöcke, oder? Die heißen jetzt Keramik seit ein paar Patches. Okay, die greifen zum Boden wirklich an. Also haben mich nicht gesehen, weil sie auf die andere Seite geschaut haben. Einfach einer greift an. Ihr seht, dass die ja mega rückstoßen, deshalb ist sie so schwer zum besiegen. Deshalb lieber abhauen. Noch mal kurz was zum Essen. Also Dschungelholz brauche ich. Jetzt müssen wir eine Eisen-Acke machen. Eine Eisen-Axt meine ich. So. So. Also. Wie wäre es mit Eisen? Ich suche Eisen und finde es nicht. So. Dann können wir gleich noch eine Eisenspitze machen. Gut. Also. Wir brauchen Dschungelholz. Oh. Wie geil. Wie schön, Hände. Ach. Das. Ich finde. Also. Ich weiss nicht, was andere Leute haben. So wenig Motivation an einem Modpack haben. Aber ich habe mega Motivation, hier weiter zu stehen. Oh nein. Das Gras hat unseren Wortschritt gestört. Ich könnte eher den Tag drei, vier Folgen aufnehmen. Aber ich lasse es bei zwei. Haha. Und vielleicht kommt die Interesse dann noch ein bisschen. Ja sicher. So weit runter. Musst du nicht fallen. Okay. Und ähm. Heute gibt es wahrscheinlich dann um 14 Uhr wieder eine Aufnahme. Einen Livestream. Ich werde jetzt mal zwei Folgen aufnehmen. Ja ja. Okay. Ich sterbe. Ich sterbe so. Im Wasser haben sie keine Chance. Ja. Im Wasser haben sie keine Chance. Aber die sind viel zu schwer gemacht. Lieber Motivation von diesem Mod. Bitte Animal. Was habt ihr eigentlich geritten? Einen Hirnschaden habt ihr geritten? Haha. Tut mir leid, aber die sind sowas von OP am Anfang. Ich habe noch keine Rüstung. Ich hätte keine Chance gehabt, wäre ich nicht ins Wasser. Wir könnten Keramik. Ich glaube, die lässt sich färben, oder? Gut. Okay. Was? Ich hatte doch viel Leben. Die haben sicher drei oder vier Schaden gemacht. Ja gut. Äh. Äh. Wieso ist der Spawnpunkt immer da oben? Ist das ein Kackpack? Ja, und dann ist es noch verzögert. Ah, lieber Survey. Du nervst. Das muss unbedingt noch umgestellt werden. Ah, das ist dann leider schon übersprungen. Das ist so ein Kack. Ähm. Leider hat der Techniker gestern natürlich wieder keine Zeit gehabt, wenn doch das nötig ist unbedingt. Als Techniker muss man doch Zeit haben. Ja, das ist natürlich wieder blöd. Ja. Das geht immer noch nicht. So. Ja. Vielleicht darf ich nicht Time Set Day eingeben, sonst ist das wieder schlecht. Äh. Das ist immer noch Nacht. Die ganze Zeit stimmt irgendwie. Ah. Ah. Schaltplatten. Hab ich jetzt cheated. Irgendwel das Umstellen vom Game Mode. Das nervt so. Ja, jetzt bekomm ich eine Kackschaltplatte. Die hab ich schon. Hm. Natürlich. Okay. Es wird Tag. Aber wenn man Time Set Day, dann sollte es eigentlich schon ziemlich Tag sein. Und nicht so blöde. Also was machen wir? Glas? Ich habe eben noch keinen grünen Farbstoff. Ja, gut. Warp. Bam. Und dann Warpen halt wieder zum Farmsport, weil er tot ist. Ja, okay. Komm, wir gehen noch mal zum Tod. Ja, die machen wirklich drei Schaden oder so. Aber diese geifen zu viel an und deshalb sind sie so schwer. Okay. Ich habe sie überlebt. Einfach bis die Bugs, also grampische Bombs, Einbrüche in den Kämpfen und so weg sind, muss ich halt ein bisschen Cheaten sozusagen. Also einfach die Todespunkte wieder an. Denken. Ich kann ja nicht kämpfen. Es leckt zu sehr. Es muss unbedingt noch gewissen gefixt werden. Es ist nicht so schwer zum fixen, aber... Ja, ihr seht, die Gegner sind noch viel zu stark. Ich muss unbedingt eine Einzelrüstung herstellen, deshalb müssen wir jetzt dann gleich meinen. Aber ich möchte noch kurz einen Kaktus finden. Das ist sehr wichtig. So, jetzt habe ich auch ein Schild und kann sozusagen auch ein bisschen blocken. Aber wenn man so leckt im Kampf, ne, geht das wahrscheinlich nicht so gut. Also weg von diesem Biom. Geht am besten nicht in die Biome, solange die Lecks da sind. Und, ähm, also die die Kojoten und Ding beinhalten, äh, Wehtschweine beinhalten. Ich mache es jetzt einfach, weil ich es sonst nirgendwo hin kann, gerade momentan. Am besten einfach so gut wie möglich leveln. Ähm, barmen, bevor ich solche Monster anbreche. Ja, und ich brauche unbedingt ein Eisenschwert. Das geht so nicht. Leider nur noch 7, aber gut. Ja, es ist eben, also es ist halt jetzt die Release vom Server, aber noch ein Beta-Mod-Pack. Und deshalb, ähm, ja, es ist noch sehr schwer. Und sehr lecky. Vor allem der Server ist gerade, man kann nicht anschwitzen. Es ist eher der Server, der schwitzt. Und dass wir so wenig Essen haben, ist halt auch blöd. Jetzt bin ich nicht mehr drin. Sogar laufen sehr viel verbrennt. Ah. Boah. Boah, ich kann diesen Herzsaunt nicht hören. Das ist glaube ich grauer, oder? Was ist das für Ton? Hier habe ich ja auch noch einen, den ich möchte. Ah, das ist, ja eben, das ist dieses, diese Minimap, die mache ich nachher kurz raus. Den nächsten Part. Und dann den übernächsten Part, halt. Die sind einfach, was... Ich glaube, es liegt an diesem Animal-Plus-Mod, weil der spawnt unglaublich viele Tiere. Und die fressen pro Tier extrem viel Serverleistung. Das geht einfach nicht. Es ist unmöglich für einen Server, so viele Tiere zu generieren ständig. Das ist wahrscheinlich so der Hauptgrund, dass es leckt. Und dass auch zum Beispiel der Spawn so weit oben liegt. Verstehe ich auch nicht. So, es ist Nacht, aber keine Monster. Ich brauche nämlich Skelette für Boni, für den Baum. Ich möchte Kirschen. Hm. Naja. Es gibt halt noch ein paar Probleme, aber die sind sehr schnell wieder weg. Ich möchte eigentlich so einen Baum noch mitnehmen. Gleich mal noch kurz. Margoni, okay. Ich wusste gar nicht, dass die so aussehen. Da halt. Ja. Margoni-Setzlinge. Ah, hier haben wir auch nochmal. Ja. Sehr schön. Das tut sich doch gut bei unserer Insel. Margoni-Setzlinge. Jetzt habe ich irgendwo noch einen anderen Wald gesehen oder so etwas. Ich glaube hier unten irgendwo. Zombies. Wieso haben die keinen Knockback? Deswegen hat er mich noch angreifen können. Schon wieder so wenig. Essen. Ja. Ich habe das Skelett. Und nur das Angreifen. Noch nicht. Kein zu wenig. Leben. Boah, das ist wirklich ein HK-Mobpack, wenn das jetzt so weitergeht. Mit dem, ähm, Schwierigkeitsgrad. Ah. Okay. So. Bei einem Cineplayer war es mein Lyser-Shirt. Das waren auch andere Bione. So eine blöde Farnwelt. Was ist denn das? Kein Speed. Nehmen wir einfach mal mit. So habe ich den nicht getroffen. Also jetzt haben wir ein Bohnmiel, drei Bohnmiel, ein Knochen. Und jetzt können wir die Kirschen mal holen. Freie Kirschen sollten reichen. Ne, das reicht wahrscheinlich nicht. Weil die Meere Bohnmiel den brauchen. Sonst haben wir hier, äh, Aselnüsse glaube ich. Und der Baum ist was? Nehmen wir kurz ein Sternchen mit. Eine Ziege kann man die scheren. Ja, sehr gut. Das kleine Lamm nicht. Äh, Ziegenkind. Zicke. Zicke. Ja, Auerkade brauchen wir. Sehr gut. Ah, er ist noch nicht ganz reich. So, jetzt. Ja. Das letzte Bohnmiel. Ein Schwein, okay. Ey, wieso kann ich denn nicht treffen? Und wieso kein Knockback? Oh Gott. Ich muss in diese Seite gehen. So, jetzt. Spinnen kommen. Mano, ich brauche bestes Essen. Kann doch nicht sein, dass wir immer so lange brauchen, bis wir schwer bestes Essen haben. Es nervt schon. Es nervt schon. Ich halte die Gnome zu haben, ey. Dass wir so Probleme haben gerade mit dem Spiel. Weil es einfach so schwer ist. Okay, nicht getroffen worden, sehr gut. Die Spinnen sind auch viel gefährlicher geworden. Auch mit der Taktik. Also, dass die einfach bessere KI haben. Und dass wir einfach kein Bett haben. Doch, wir haben ein Bett, aber es geht ja nicht. Ja? Wir müssen einfach überlegen. Das ist schon mal hardcore, ey. Dass wir das Spiel so viele Schwierigkeiten machen. Ich habe jetzt nicht gedacht. Mit dem Modpack. Okay. Jetzt tun wir doch einfach mal ein bisschen die Sachen mitnehmen hier in der Nähe. So. Keine Setzlinge, hä? Was nehmen wir mit? Zombie Kopf? Ähm. Was nehmen wir nicht mit? Einfach mal auf rotetes Fleisch. So, die Setzlinge. Nur die Setzlinge. Äh, Weizenkörner, genau. Boah. Ich frag mich, was die zwei, die jetzt auf dem Server kommen, so erleben werden. Die werden sicher noch schwerer haben an sich. Ich gebe ihnen gute Tipps, klar. Aber im Verzweifeln nur zwei, gell. Ähm. Das Modpack ist halt ein bisschen schwer. Okay. So. Ein Buch. Okay. Hm. Und dann mache ich hier nochmal einen Waypoint. Einfach zum Schutz, weil es einfach zu schwer ist momentan noch. Und ähm. Gehen jetzt nach Hause. Wir müssen ein paar Sachen machen, die wichtig sind. Auch Nacht. Es ist immer Nacht auf den Surfen. Ja, das ist einfach so. Ja. Gut. Ich nehme den noch. Und äh. Und äh. Avocado. Kann wir ansetzen. Äh. Anpflanzen. Zombie Kopf. Kann ich ja mal. Ja, ich 0C. Sehr gut, ja. Können wir die irgendwie... Ja. Einfach mal hier hin. Oberschienen. Die sind eigentlich auch nicht schlecht. Die Unterschienen. Scheiße. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hm. So. Ein Terra-spawn. Was macht man mit denen? Wo kann man die anpflanzen? Hm. Einfraggezeich. Nein, nicht höll. Oh, das Mothpack ist wie zu spät. Was ist denn los? Wir haben gar nichts verändert am Mothpack, doch ein bisschen schon. Muss einfach abhauen. Das kann doch nicht sein, dass die sich so heilen können. Fast wieder gestorben. Heftigst. Auch einfach, weil immer Nacht ist, ist es so schwer. Was können wir denn machen? Das ist ein bisschen problematisch. Hm. Das hat sich wieder ein bisschen gelegt. Ai, ai, ai. Ai. I feel meedig. Ich muss einfach mehr ablocken auch. Ob du lauter hast im Kampf, vergesse ich einfach abzublocken. Also die pflanzen wir hier an. Oh, die haben wir mal wieder. So. Jetzt gehen wir noch auf den Berg, um die Gooseberries abzubauen. Hier haben wir nochmals ein Zombie. Oh, das ist Krabbe. Keine Spinne, okay. Ja, ja. Okay, das ist noch nicht heilt, oder was? Also, Stachelbeeren heißen sie auf Deutsch, okay. Alles klar. Oh, Krabbe. Ich schlieg mich nicht so. Was ist das? Ein Schmeckle? Okay, es ist ein Forestry. Hm. Aua. Aua. So, kurz mal schauen wir die Zeit. Ja, so langsam ist der Part leider vorüber. Ähm. Ja. Schauen wir mal eben, ob wir das anpflanzen können. Okay, sehr gut. Da ist ein Creeper. Achtung. Und wie lange ist es eigentlich Nacht? Sagt Nachtmittag. Wir sind irgendwo im Süden. Hä? Von wo kommen die? Okay. So viele Creeper möchte ich jetzt auch nicht zu Gesicht bekommen. Komm, wir schauen einfach mal die Gegenden ein bisschen an. Was können wir noch machen? Also hier ist ja diese Stadt. Wo ich die Betten her habe. Ah, ich glaube still. Die Betten habe ich aus dieser Stadt. Und ähm. Sonst habe ich eigentlich nicht viel gefunden in der Stadt. Jetzt schauen wir mal kurz, ob da Gegner sind. Also nur kurz durchfahren. Wenn keine Gegner sind, sondern Händler, dann können wir ja mal kurz schauen, ob es Loot gibt. Wir können leider nicht das Boot weiter nutzen. Ah, das steht. Das ist nichts hier. Ja. Zombie? Ist da ein Spawner dran? Jetzt bist du in der Falle. Kleiner, okay. Ist da irgendwo ein Spawner dran? Eine Hexe? Wo? Hexe. Nur nicht der. Oh Gott. Die hätte fast noch einen Trank gebraucht. Okay. Ah, Kohle. Das wäre eigentlich so mein Auftritt auf diesem Boot. Aber wahrscheinlich sind das einfach unsichtbare Spawner. Einmal Spawner, die einfach diese zwei Wüsten-Zombies und noch die Hexe gespawnt hat. Also dann mache ich hier die zweite Folge. Bis dann. Tschüss. Oder die nächste Folge, ja. Tschüss. Tschüss.